Mein Name ist Sam Wallisch und ich lerne heute Natur-Terroir. Ich will das Unternehmen heißen, weil ich die Natur, an der ich gerne wohne und mich bedeutet auch da wirklich viel. Bei all seinen Natur-Terroirs schaffen wir mit Bäuer. Wir können auch immer alles mit Bäuer gucken, dass es ihnen gut geht. Wir lassen sie auch gut Pflanzen bestäuben, für das immer mehr Pflanzen aus dem Garten kommen. Bei all seinem Garten kümmere man alles mit Pflanzen, gucken, dass sie genug Wasser kriegen, dass ihnen so ein guter Platz stehen für Sonnen zu kriegen. Der Garten ist gut als gesagt. Bei all seinem Atelier bauen wir Sachen wie zum Beispiel Kränze oder machen alles durch Kärten. Und auch Wollier schaffen wir mit Trainere, sie für uns in die Bäuer zu kommen. Wir lernen etwas überziehen, wenn Atmen gehen und wie sie sich verhalten werden, was sie essen. Um Däuresschutz und Naturschutz schätzen wir darüber, was gut für Däure und Natur aus erwähnen, dass Deutschland schützen kann und wo und welche Probleme abgehen. Man verkauft mehr Kerzen, Kränze, Pfieze, Honig, viele verschiedene Sachen, die wir selber auch machen. Für mich ist eine große Erfahrung, dass man die Fähler zu schaffen, wie sie dann bei mir geführt sind oder bei den Bäuer. Weil ich dort in die Echtkerl-Bäuerfolie gesehen wo dann auch die Einzelnen, Bayern zum Beispiel Kinder gehen drohen. Da bin ich darin noch gesehen, wie sie es schaffen und moderieren. 2, 3, 3. 2, 3 bis 2, 3 bis 3. 3, 4 bis 3, 4 bis 3 bis 3 bis 4. Es gab all die Auld Cloud. Und auch bei der Auld Cloud. Oder in der Auld Cloud. Untertitelung des ZDF, 2020